hallo klappt es? walaikum salam achso ok dann mach ich das auch so hier walaikum salam alles ok? ja alles gut ja kann ich gut verstehen ist ja meistens so du wolltest den islam annehmen du hast dich lange und intensiv damit beschäftigt du bist also voll entschlossen soll ich es dir vorsagen oder willst du alleine sagen? ich mach das alleine, danke mashallah super dann sag das jetzt mit der absicht mit wahrhaftigkeit, aufrichtigkeit den islam anzunehmen ok? ja ok esheru en le ilaha illallah wa esheru en muhammed rasulallah Allahu Akbar super mashallah tabarakallah jetzt bist du muslimin alhamdulillah perfekt super ich gebe dir gleich noch ein paar informationen mit inshallah und du kriegst auch übrigens du kriegst dann du kannst hier die dmg braunschweig anschreiben da kriegst du so eine urkunde dass du in islam angenommen hast ja und alhamdulillah perfekt also wie gesagt freut mich was warst du wie alt bist du jetzt? ich bin 18 und werde im august 9 du bist 18 super mashallah sehr schön und was warst du vorher gewesen? welche religion hast du gehabt? ich bin eigentlich familiär Christin ich bin so aufgewachsen und man macht es da immer so äh traditionell man ist ja klein man macht es einfach mit was die Eltern so einem mitgeben aber jetzt ich bin dann in einem Alter wo man ja selber denkt wo man selber sich damit beschäftigt ja und dann jetzt ich habe viele durch mein Freund und durch mein Freundeskreis viele mit Islam auseinandergesetzt mashallah und gemerkt dass es das Richtige ist und ich werde dieses Gefühl nicht beschreiben ja ja mashallah hast du dir auch Videos angeguckt von uns? ja ich war auch ganz oft in deinem Livestream dabei achso super mashallah freut mich ja perfekt ja schön super guck mal wenn irgendwas ist schreib bitte unsere Seiten an wie zum Beispiel DMG Braunschweig und so weiter ne und äh falls es irgendwelche Fragen gibt die schicken dir auch nochmal Bücher und alles zu so eine Art Urkunden das heißt wenn du auf die Hatsch gehen willst so eine Bestätigung dass du heute den Islam angenommen hast Hamdallah freut mich sehr möge er dich segnen möge er dich festigen und was man jetzt auch noch machen soll ist dass man sich ganz aber das kriegst du schon alles mitbekommen ganz Körperduschung also so ganz Körperwaschung machen ja ok dann wünsche ich dir was und ich habe ja auch Videos wie man das Gebet lernt wie man Rudu lernt aber so wie ich dich einschätze ich habe gute Erfahrungen mit den Leuten hast du dich schon mit den ganzen Sachen beschäftigt Alhamdulillah ok gut dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und machs gut ne bis dann salam aleikum salam aleikum salam aleikum und und